Das Team 2 des Footy Events mit unter anderem eine 99er Lionel Messi ist heute gekommen Außerdem haben wir die erste Coverstar Icon mit Roberto Carlos bekommen Was noch so ein kleines Side Event jetzt in FIFA 23 zum Ende sein wird All das schauen wir uns in diesem Video heute mal etwas genauer an Und wir schauen uns auch an wie ihr euch eine 93er Premier League Footies komplett easy erspielen könnt All das heute in dem Video, ich würde sagen wie geht ihr rein, let's go Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video Heute geht es mal um das Team Nummer 2 des Footy Events Wir gehen direkt mal rein auch in FIFA, denn ich finde Team 2 sogar nochmal einen Zacken schärfer als Team Nummer 1 Wir sehen hier direkt im Überblick schon mal einige Bonusbelohnungen Dazu kommen wir gleich, wir gehen erstmal rein im allgemeinen Team 2 Welche Spieler gekommen sind im Intro habe ich schon gesagt Wir haben unter anderem einen 99er Lionel Messi dabei Der besagte Messi 99er Gesamtrating jetzt neu in der MLS Und ich muss sagen, diese pinken Trikots ohne Scheiß, sie stehen richtig Und warum finde ich, dass dieses Team so gut ist? Nicht nur wegen Messi, weil der nächste Spieler ist direkt ein Yayao Taure 97er Rating Und dahinter kommt direkt ein Marco Reus mit einem 97er Rating Und dann haben wir noch einen Antoine Griezmann 96, genauso wie ein Cassier Vorlan, Insignia und Dumfries dann nochmal hinterher mit jeweils 95 Der Messi vor allen Dingen hat 5. und 5. das ist sowas von Geistesrank Deswegen finde ich dieses Team extrem, extrem nice Alleine schon Marco Reus, mal wieder in das Battlecard Traoré, was ein absolutes Biest ist Und Leo Messi mit der 99er Karte Es wurde sogar jetzt gerade, ein paar Stunden bevor ich wieder aufnehme Noch eine weitere Karte geleakt, die es im Team 2 auch bald kommen wird Und zwar hat Food Sheriff diese Karte geleakt, ein 99er Neymar Jungs Holy Shit, was ist das denn dann für ein Team? Im Team 1 hatten wir auch ein 99er gehabt Ronaldo, auch geile Karte Aber da hätten wir im Team 2 ja jetzt schon mal Und wenn Food Sheriff sagt, die kommt, dann kommt sie Da haben wir jetzt schon mal Zum Beginn des Team 2 gerade mal Zwei 99er Und ein 99er Neymar Und ein 99er Messi Das kann sich schon mal sehen lassen Wäre Messi einfach jetzt noch bei Paris Dann wäre das krank Dann fehlt nur noch ein 99er MAP Aber auf jeden Fall auf den Neymar, dass ihr schon mal wisst Könnt ihr euch jetzt die nächsten Tage Ich denke mal, wir haben heute Freitag Über das Wochenende wird er dann wahrscheinlich schon kommen Sehr, sehr wahrscheinlich auch als SBC Eine verdammt, verdammt starke Karte Team Nummer 2 bringt aber auch noch einiges Wirklich einiges an Ja, einfach RTG Content mit Wir gehen mal rein in die Ziele Da sehen wir direkt ein paar schöne Sachen Die wir uns hier vor Free mitnehmen können Der Ferrari, den hatten wir ja schon vorher gehabt Immer noch krank 99 Pace, 90 Steffen, 90 Füßes Heute neu gekommen Auch eine geile Karte ist Rotary 93er, wir kennen Rotary Geiler Spieler Top Nation mit Spanien City, äh Premier League Top Liga 90 Plus Das sind wirklich Modric Gang Stats Auf jeden Fall eine starke Karte Auch jetzt noch in FIFA ZDM und ZM Kana spielen Die Aufgaben sind ziemlich leicht Einmal müssen wir in Squad Battles Partien Und ja Food Champions Partien Sechs Tore mit Spanien Spielern vorbereiten Dann müssen wir einmal in Auch wieder Squad Battles und Rivals oder Food Champions Können wir jetzt mal aussuchen Zwei Tore bei Flanke vorbereiten Dann müssen wir in drei Separaten Partien mit Premier League Spielern zum Torschützen Und Vorbereiter werden Die vorletzte Aufgabe Da müssen wir Zwei Also in Partien Zwei Tore von außerhalb Des Strafraums Erzielen Das Ja Kann Kann man schaffen Ist nicht so schwierig Und die letzte Aufgabe Acht Partien Einfach gewinnen Wo mindestens drei Spanische Spieler in unserer Startelf Stehen Dann gibt es diese ganzen Packs Hier Und am Ende der Rotary Jungs Selbst wenn ihr die spielen wollt 93er Karte Geiles SPC Futter Sollte man nicht liegen lassen Und sich auf jeden Fall Mitnehmen Ist auf jeden Fall kein Fehler Und genug Zeit hat man in FIFA Ich meine es gibt jetzt nicht Wirklich sehr viele andere Sachen Die man gerade machen kann Deswegen warum nicht damit Die Zeit ist einfach mal Vertreiben Und selbst wenn wir das haben Haben wir noch Einiges was wir noch Dazu machen können Und zwar eine Food Champions Ihr habt alle Genau wie ich Volle Food Champions Punkte bekommen Also ich könnte jetzt die Quali spielen Und ihr auch Selbst wenn ihr keine Punkte geholt habt Eure Punkte wurden Aufgefüllt Denn es sind Aufgaben gekommen Gewinne 5 Finals 10 15 20 25 35 35 Und wir bekommen dafür was Für jeden Schritt Für 5 Stück Bekommen wir diesen Bushanan Der ist richtig geil Der hatte so eine So eine Oh wie heißt das Ich glaube Diese lilan Die man auch auch spielen können Ihr wisst wie die heißt Ich komme gerade nicht drauf Nicht Heroes Nicht Moments Oder sind das Heroes Ich weiß gerade gar nicht Aber da hatte der eine gehabt Das war eine 580 oder so Den habe ich wirklich Vielleicht 2 Monate Hat er auch Weekend League gespielt Und jetzt können wir ihn uns hier mitnehmen 99 Pace Für gerade mal 5 Finals Siege Also 5 Weekend League Siege Das kriegt jeder von euch hin Geile Karte Für 10 Wins bekommen wir Ein Ja 85 mal 10 Plus Pack 15 Wins Dann bekommen wir schon Diesen Muriel Auch 99 Pace Kranke Karte Für 20 Wins Bekommen wir Nochmal ein 10 mal 85 Plus Pack Für 25 Gibt es schon Diesen 96er Mkhitaryan Für 30 Wins Bekommen wir wieder Ein 10 mal 85 Und fürs 35ste Sieg Spiel Oder Spiel mit Sieg Bekommen wir Die 97er Konaté Geisteskrank Franzose Premier League Besser oder schlimmer Eigentlich geht es ja gar nicht Diese Karten Können wir uns auch noch Erspielen Das heißt Wir haben 1 2 3 4 Mit Rodri 5 Spieler Auf einen Schlag Heute bekommen Zum Team 2 Die wir uns Erspielen Können So weit so gut Geiles Team Geiler Content Man kann sich auf jeden Fall Absolut nicht beschweren Es ist so viel Also wirklich genug zu tun Und für die Weekend League Müssen wir nicht was machen Weil unsere Punkte Wurden wie gesagt Alle aufgefüllt Und ein was ist auch noch Gekommen Und zwar ein Pack Ich hab's jetzt schon geöffnet Und zwar hat jeder von euch da Ein paar Spiele rausbekommen Die sind alle verschieden Da war ein Spieler da drin Der war bei jedem gleich Allerdings ein Leihspieler Zu dem es aber jetzt auch Eine SBC gibt Und zwar eine neue Icon Art Es ist Roberto Carlos gewesen Der 97er Als Laie für 23 Spiele Und zwar ist das Ein Coverstar Eine Coverstar Icon Also mittlerweile Nehmen wir einfach nur Diesen gleichen Hintergrund Und ändern jedes Mal Die Farbe Hab ich das Gefühl Und die Ja die Zahlen halt Aber sieht echt cool aus Roberto Carlos Geiler Icon Und was hat es mit diesen Coverstars Jetzt eigentlich auf sich Denn wir haben Diese Karte bekommen Um sie zu testen Und EA will Dass wir natürlich Dann damit überzeugt werden Und seine SBC Die jetzt auch heute Mit dem Footy Steam 2 Komm ist Dann zusammen abschließen Wo haben wir ihn gerade Ja haben wir ihn Roberto Carlos Zum abschließen Wir werden uns diese SBC Nochmal anschauen Weil es in neuen Teams Ob die sich lohnen So so weiter Da wird nochmal ein Video Auf jeden Fall kommen Ich will euch erstmal kurz Dieses Coverstar erklären Denn das wird in den nächsten Tagen Auch nochmal interessant In FIFA werden Auch da holen wir uns wieder Unseren Freund Food Sheriff zur Hilfe Denn der hat hier Ein Beitrag gepostet Was diese Ja Coverstars Einfach bedeuten Coverstars Das hört man eigentlich schon raus Spieler Die mal auf dem Cover waren Jetzt Sind es Spieler In den letzten Sagen wir mal Zehn Jahren Spieler wie ein Marco Reus Ein Lionel Messi Ein Cristiano Ronaldo Ein Kielan Mbappé Und tatsächlich auch mal Ein Eden Hazard Das kann man niemandem Jetzt gar nicht mehr erzählen Dass mal Eden Hazard Auf dem Cover war Aber es geht hier um die Spieler Die vor einigen Jahren Da drauf waren Wir haben hier eine Übersicht FIFA 98 Ein David Beckham Mit der dazugehörigen Icon FIFA 99 Ein Dennis Bergkamp Kampel Auf den 2000er Cover Und Scoles Auf den 2001er Cover Das geht noch ein bisschen weiter 2-2 Hori Und wenn dieser 99er Hori kommt Gänsehaut FIFA 3 Wäre Also 2003 Wäre jetzt Der Roberto Carlos Und FIFA 4 Mein Geburtsjahr Henri Ronaldinho Und Del Piero Wenn nur einer von denen kommen kann Henri Kommt schon 2-2 Dann gibt es hier Den Ronaldinho Del Piero Ja Gibt es Ronaldinho Und es geht noch ein bisschen weiter 5 haben wir Vieira und Chef Schengo Der Vieira Krank Und ja FIFA 6 7 8 Und 9 Wusste ich gar nicht Dass da auf jeden Also immer beide Also immer Rooney Und Ronaldinho drauf waren Da würde ich sagen Kann man Rooney bringen Ronaldinho sich dafür sparen Wenn man ihn eben hier dann Bringt Das ist jetzt so Die Übersicht Und eine letzte Seite Haben wir noch 10 Mit Rooney Und Lampard 11 Mit Rooney Und Kaká Und dann Nochmal die 12 Wieder Rain Rooney Jungs Also ihr seht schon mal Diese Übersicht Was da kommen könnte Auf uns zu Also wirklich Das ist absolut krank Wenn das so kommt Und vor allen Dingen Finde ich es mal eine coole Idee Dass man sagt Ey wir nehmen unsere alten FIFA Teile Und geben diesen Ja Historischen Und diesen Retro Style Leuten Nochmal eine geilere Icon Version Klar die meisten Wie ein Henri Ein Rooney Ein Ronaldinho Die haben schon starke Karten Aber die nochmal Mit diesen Covers Da Es war gerade geil Einfach da nochmal Zu gucken Wie die alten FIFA Teile Ausgesehen haben Und denen nochmal Eine Special Card Zu geben Finde ich zum Ende Jetzt nicht too much Relativ kreativ Aber auch Auf jeden Fall Passend jetzt Zur Endzeit Von FIFA Ich bin im Großen und Ganzen Mit diesem Team 2 Release Komplett zufrieden Schreibt mal in die Kommentare Welche Karte Ihr aus dem Team 2 Am besten findet Wenn euch dieses Video gefallen hat Dann lasst ja gerne Daumen nach oben da Abonniert den Kanal Und aktiviert die Glocke Wenn ihr keine Videos mehr Verpassen wollt Und wir sehen uns dann Sehr bald zurück Hier auf meinem Kanal Zu irgendeinem neuen FIFA Video Bis dann rein Aber nicht in Sicht Das tut weh Das ging aber schnell vorbei Muss ich jetzt schon gehen Dann sag ich schnell Dippe Dippe Dapp Ade Auf Wiedersehen Hey wir sehen uns wieder Wir tanzen, spielen, singen Lieder Piep, Klo, Platsch Und machen ganz viel Quatsch Güle, Güle, Dazi, Danja Adios und Tschö Sayonara, Yasu, Tschau Bye, bye, bye und adieu Bye, bye Vielen Dank.